Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und zwar gibt es heute alle neuen Batterien von Pyroland. Also hier angefangen bei den ganz ganz kleinen Batterien für 4 Euro über die Flying Sauerkraut und Kamuro Kiss bis hin zu den größeren gefächerten Batterien. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal hier mit der neuen Schussbatterie Greta Thunfisch. Felix! Ich habe voll den Zoom drin Gas. 4 Euro Batterie. Crazy. Als nächstes folgt die King Broody 9 Schuss. Eine Zerleger Batterie, sehr schöne Farben. 4 Euro das Ding und wie viel Gramm Lm? 63. Gut, also los. Junge, Junge, ich habe durchgeschossen. Nicht schlecht. Hast du doppelt gezündet? Auch 4 Euro. Hä, die hast du doch doppelt geschossen. Ja, ich habe wirklich nur eine angezogen. Nee, aber es sind beide angegangen. Ja, die ist am Ende. Hä, Junge, hast du schon mal eine Batterie angezogen? Dann als nächstes die Flying Sauerkraut. Verrückte Namen heute auf jeden Fall. 16 Schuss, 30 Millimeter Kaliber, 302 Gramm NEM. Flying Sauerkraut. Das ist Teil des Geistes krank. Es folgt nun die Camorukis, 500 Gramm Batterie, schöne Zerleger. Und wer auch so seinen Silvesterabend verbringen möchte, sollte es. Ja, kann Justus anschreiben. Schön. 25 Schuss, hast du das gesagt? Nee. Ja. 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 Boah, sehr, sehr edel. So, und jetzt ein Artikel, der leider schon ausverkauft ist, aber wir zeigen euch den trotzdem. Und zwar die Chili Snow. Eine Batterie, die gerade hochschießt, V-gefächert ist und auch W-gefächert ist. Also ziemlich abwechslungsreich. 25 Millimeter Kaliber und fast 500 Gramm NEM. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Junge, Junge, sehr schön. Es folgt nun die Night Nurse, auch eine Pyrola Neuheit, 500 Gramm NEM, 30 Millimeter. Und ganz besonders sind hier die Farben. Neon. Ungefähr wie dein Hemd. Ja, ähnlich. Run. Allein der Abschluss ist ja brutal. Was für Farben, oder? Junge, Junge. Und jetzt als Schluss, als Highlight, die Shang Hayden. Eine 25 Schuss Fächerbatterie mit 30 Millimeter Kaliber, 500 Gramm NEM. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Und bevor wir die zünden, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche euch am besten gefallen hat. Und dann jetzt viel Spaß dabei. Oh mein, absolutes Highlight, ey. Und los. Geil. I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you, you make me stronger. Can't go without end much longer. Remember. Bis zum nächsten Mal.